Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 3556. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich kann mehr erreichen, wenn ich auch in meiner Freizeit online bin. Ich kann mehr erreichen, wenn ich auch in meiner Freizeit online bin. Wir stehen kurz vor der Eröffnung. In wenigen Tagen werden die letzten Arbeiten abgeschlossen sein. Wir stehen kurz vor der Eröffnung. In wenigen Tagen werden die letzten Arbeiten abgeschlossen sein. Wir stehen kurz vor der Eröffnung. In wenigen Tagen werden die letzten Arbeiten abgeschlossen sein. Das heutige Treffen mit meinem Chef ist wichtig, also muss ich einen guten Eindruck machen. Das heutige Treffen mit meinem Chef ist wichtig, also muss ich einen guten Eindruck machen. Ich bin der Stolz meiner Familie und verdiene viel Aufmerksamkeit. Bestellungen aus dem Online-Shop nehme ich telefonisch von einem Kollegen entgegen. Bestellungen aus dem Online-Shop nehme ich telefonisch von einem Kollegen entgegen. Das heutige Mittagessen ist Hähnchenbrust mit Kapern, Zwiebelringen und Zitronenschale. Wie kam das Programm auf den Computer? Ein Trampolin ist eine gute Möglichkeit, Gleichgewicht und Koordination zu trainieren. Ein Trampolin ist eine gute Möglichkeit, Gleichgewicht und Koordination zu trainieren. Auf dem Tisch steht ein siebenarmiger Kerzenleuchter mit brennenden Kerzen. Die rote Gerbera ist meine Lieblingsblume. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Frank freut sich immer, wenn er Erfolg hat. Die neue Firma hat den Arbeitsvertrag geschickt. Frank freut sich immer, wenn er Erfolg hat. Frank freut sich immer, wenn er Erfolg hat. Die neue Firma hat den Arbeitsvertrag geschickt. Es könnte klappen. Wir werden es auf jeden Fall gleich ausprobieren. Wir werden es auf jeden Fall gleich ausprobieren. Durch richtige Hautreinigung bleibt die Haut gesund und kann ihre wichtigen Funktionen besser erfüllen. Ich bin stolz darauf, dass ich meine Arbeit schneller als geplant abgeschlossen habe. Unser Hund und unser Kind gehen sehr liebevoll miteinander um. Unser Hund und unser Kind gehen sehr liebevoll miteinander um. Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen. Dieses Bild kannst du für ein Passfoto nicht verwenden. Man muss beide Ohren sehen. Durch das Gel wird es jetzt ein wenig kalt. Durch den Ultraschall wissen wir sofort, wie es dem Baby geht. Wir sind im Park und benutzen zum ersten Mal die neue Schaukel. Wir sind im Park und benutzen zum ersten Mal die neue Schaukel. Wir stehen gemeinsam vor dem Badezimmerspiegel und ziehen uns die Lippen nach. Wir stehen gemeinsam vor dem Badezimmerspiegel und ziehen uns die Lippen nach. Bei der Einführung eines neuen Produkts müssen wir klar definieren. Bei der Einführung eines neuen Produkts müssen wir klar definieren, welche Zielgruppe wir damit ansprechen wollen. Ich habe die richtige Brille für mich gefunden. Die Gläser sind aus Kunststoff und der Rahmen ist stylisch. Ich habe die richtige Brille für mich gefunden. Die Gläser sind aus Kunststoff und der Rahmen ist stylisch. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich in meinem Leben bisher erreicht habe. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich in meinem Leben bisher erreicht habe. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich in meinem Leben bisher erreicht habe. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like. Und einige attacker mit den Arbeitsbereiten spielen. Ich bin eine Ton drauf. Pulsier!